Ja, hallo Leute, heute mal wieder, oder heute überhaupt mal ein Podcast, und zwar Battlefield Playbook 3. Werde es nicht glauben, aber es ist mir nur noch ein paar draufgekommen und die ist so übertrieben extremst overpowered, ne. Ach, da habe ich mir gleich gedacht, PTE, ab damit, los, Waffencast machen. Ich glaube, das ist noch schlimmer als der MG36 und sonst was zusammen, und zwar ist das die LSAT. Das Biest, das kann man schon, nicht mehr als Biest bezeichnet, dass ich es, wenn es, Biest, das ist Biestiger, um genau zu sein. Ich meine, zieht euch das Ding mal ran. Ich zeige euch gleich nochmal, das Biest, das hat Damage und, äh, Damage und Accuracy auf High. Guckt euch die Ammo an, guckt euch diese Ammo da unten an. Und ich habe nur Viper-Max drin, bedeutet, ich habe keine extra Magazine, ich habe nur extra Ammo. Das Ding hat 90x90 Schuss, A4 Magazine. Das Ding ist so krass overpowered, ne, das glaubt die Akkabel, mit Range, ne. Was denkt er denn? Wenn du sagst, das Ding ist overpowered, dann ist das Ding overpowered, ist das Ding dann range von ihm da. Und das, wenn das Ding genauso ins Normale übertragen wird, dann könnt ihr vergessen, dann könnt ihr da nicht mehr spielen, ist kein Schichtshank geworden. Das ist so krass wie das Ding ist das. Keine Ahnung, warum denn da ist noch, die Ammo 36 dagegen ist noch, das, ab dem Zeitpunkt, wenn die rauskommt, kein Lüber. Am Ende war das übelstes Ding, sag ich euch jetzt schon mal, das Ding einfach nicht so krass ist. Dass es nicht nur krass ist, so krass. Ich mein, ich habe vor der ersten Runde damit gespielt. Hat ihm eine Karte gewartet, wartet von 10 zu 3. Das ist eine 11 mit 85, den Medic-Style. Seht euch das nochmal ran. Rein, nicht ran. So was, das muss man gebraucht ist. Das habe ich schon lange nicht gesehen, das Gegner. Jetzt hat er doch noch nicht gesehen, das ist eigentlich nicht. Aber das Ding ist echt so übertrieben, krass, ne? Also, bis jetzt schon, bis jetzt meine zweite Runde mit der ich spiele, es ist jetzt schon eine Kaufempfehlung, ganz ehrlich. Aber das Ding wird halt schön teuer sein, ne? Das ist jetzt schon. Ja, das war jetzt ein bisschen Fail-Aim. Ja, das Ding, das Ding ratzt einfach nur vor, die Feuerrate ist perfekt. Für die Ammoor, für die Damage, für den Damage, für den Schaden, den Schaden, ja, den Schaden. Und die übelste Hardcore-Multiliner-Holigkeit, also man findet echt keine anderen Wörter dafür. Ich mein, das Ding hat, warte mal, das hat, ich vermute jetzt mal einfach meine Feuerrate von 9 Wartschuss pro Minute. Ich mag's, dass hier jemand ist. Achso, ich möchte dich das doch machen. Ja, jetzt können alle nur mit dem Ding rum, das Ding... Ach, ich werde ziemlich glauben, wenn es einen normalen Playflow rauskommt, oder falls ihr Child because they already have. Das ist doch krass einfach ein krass sein. Ich habe es nicht mehr als überraut. Meine Team-Member, die er auch mit der ACID-Spiel, die können mich ruhig mal wiederbleiben. Ja, und was halt noch ausgekommen ist, M98-B, die A91. Und als ACID-Waffe, das werde ich gerade gar nicht. Ja, als ACID-Waffe, das werde ich gerade gar nicht. Nein, das ist nicht. Was macht man hier? Ja, na, 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 na. Ich bin jetzt nicht wiederbleiben, dass er tot ist, aber dann bin ich auch down. Was heißt, der hat sich nicht. ASY ist auch immer noch genauso überpowered. Also A91, wie gesagt. Der hat Elsert, M98-B und keine Ahnung. Naja, scheiß drauf. Jedenfalls, das Ding ist einfach nur zu krass. Wenn sie auf Range hätten sie da nicht long, sondern Medium oder Low, da würde ich sagen, hm. Ist eine ordentliche LMG für Nahkampf, aber für Distanz kann sie das Ding weghauen. Aber das Ding ist ja einfach mal alles. Alles rein. Wenn ich immer diese Asphalcon hierherkomme, oder? Also, ja. Voller Gewalt. Ich meine aber die Ammo, die Ammo ist aber wirklich übertrieben krass. Ich glaube, da muss nur ein Hardcore-Pro sein, bis wir alle bekommen. Ja, ein bisschen geht noch. Ne, doch nicht. Überall die Nachhaltungsschönlichkeit ist auch an sich recht nice. Das ist so ein bisschen der M1249-Sortigkeit. Vielleicht sogar mal einen Tick schneller. Auch sonst wird schon alles vollkommen akzeptabel. Ja, 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 ja. Sag nicht, ja, ja. Äh, ja, also. Ich meine, ich bin der Beste. Also, da müsst ihr euch jetzt schon mal drauf einstellen, dass das Ding einfach mal alles wegschnitzelt. Das ist einfach... Ich meine, BF-3 ist ja nicht mehr ansatzweise so. Ich meine, man. Ja, zumindest. Ich werde nicht wie ihr seht. Ich habe da alle Aufsätze frei, aber... alle Aufsätze frei, aber... alle Aufsätze frei. Ich bin ja auch trotzdem nicht so gut. Für den G90-Spieler ist ja auch... Ach, rechnen wir mit. Ich bin ja, meine Waffen muss ganz viele. Und ich wette, dann dauert es erstmal wieder 10 Monate. Dann sagen sie ja, bringen wir mal noch mal raus. Dann laufen wir mal wieder. Und dann... Ähm... Und dann sagen sie mal, ja, bringen wir vielleicht mal noch mal mehr raus. Und dann wird es auch irgendwie eine Drecksmap, wenn man spielen will. Aber es war mal richtig nice, sowieso. Aber es war schon mal irgendwie, äh... Operation Metro... Und dann... Und dann... Was ein bisschen unakzeptabel ist. Aber was... Eigentlich nicht wirklich dort die... An... äh... Angesichts der Geschwindigkeit. Die ist ein bisschen nah. Aber... Man kann trotzdem nicht meckern. Aber... Ich hab das letzte Jahr mal halt viele Robben gespielt. Ich hab das jetzt mal... Der MZ-49, der MZ-120. Das wollen sie ja alles mal ein bisschen patchen. Der MZ-36 ist schon da richtig rum gepatcht. Der MZ-32. Der MZ-32. Der MZ-40. Aber ansonsten, glaube ich, sag... Fazit. Und ein paar Blöds-Vivents. Genau. Der MZ-32. Hab ich zwar nicht, aber... Wir können vordenken... Ich bin glaube ich jetzt noch eine. Das ist eigentlich nicht so... Der MZ-39. und dann doch zuvor gekommen ist. Also ich mach jetzt ja nicht die Ultra-Runde, sondern ich mach jetzt einfach mal auf Glück ein bisschen was. Ich würde sagen, wir haben ja eigentlich schon fast die wichtigsten Informationen alle zusammen. Der 1000 ist aber auch immer so gut, wie immer. Diese Auge wieder ausbrechen, das fliegt mich auch schon wieder aus. Aber ich nehme jetzt die Auge, ob das so gut beendet ist. Wird nämlich noch anderes vorgeheizt. Oh, ich weiß nicht teilweise so die Hacker. Was wir noch machen können, ist Cobra Visier als Aufsatz. Ihr wisst schon, als Visier. Das wäre richtig krank. Das wäre richtig krass, wenn wir das machen. Aber es gibt ja bis jetzt nur Reddirt, M5, Forger, Olu, Olu. Ich hab' wahrscheinlich mal ein bisschen gebraucht. Ich hab' wahrscheinlich mal ein bisschen gebraucht. Ja, wo du der 1000? Ich darf mich jetzt nicht mehr machen. Meine Eppnung, wo Atos war. Ich muss er knallchen. Übersetze. Der ist irgendwie auf mich abgesinnt. Warum möchte ich jetzt mal? Das ist halt fast so griechen jetzt mal. Vielleicht ist es denn mal los, ich möchte. Was sieht aus der Hüfte ist, das Ding nicht ganz so gut. Aber Fazit, wirklich Hammerding. Übelste Kaufempfehlung. Deshalb würde ich jetzt sagen, haut's rein Leute. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt. Belfi, play for free.